Ich bin gespannt. Oho, scheiße, ich geh unter. Verkaufsfahrt! Ui, wir haben ja wieder geschenkt bekommen. Nee, verfahren wir uns zum Sekt. So, der Sperrer ist auf jeden Fall, denke ich, gut für Nahkampf. Ich denke, nur die Starken brauchen einen, die normalen geht. Warum schreist du eigentlich die ganze Zeit immer so, Alia? Oh, ich kann mal runter, ob ich sterbe oder nicht. Da kommt einer! Da haben wir ein paar Feiles zurückgeholt. Da haben wir ein paar Feiles zurückgeholt. Wird warten, wenn die bis zum Ende der Rolle sind, würde ich drauf schießen oder bis zur Mitte. Ja, wenn die hier an diesem Drehen im Messer ankommen, dann schieße ich. Klappt ja alles hervorragend. Ich würde jetzt eher was anders formulieren, solange sie nicht auf die dumme Idee kommen und versuchen, wieder unser Gerüst kaputt zu schlagen. Von unten, indem wir die Basis kaputt schlagen. Solange ist alles gut. würde ich auf jeden Fall weggeben. Da kommt einer! Ich würde auf jeden Fall weg rutieren. Das Literatur! . Wir haben dann in cooleranes Weise. Ich danke! Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt wieder einer, zwei Oh, da fliegt wieder eine Leiche durch die Luft Oh, jetzt kommt es schon runter Nein Ja Ja Gut Hat er eigentlich einen Haufen lassen, sodass keiner reinkommt? Ja Gut Dann sind wir daheim in der Gründe Nein Das gibt's ja Gut Ja, alle, alle Ja, alle, alle Ja Ja Jetzt sind wir alle tot Ach, scheiße Ja, die haben die Treppe weggemacht Das ist jetzt so kommt man Die去terstören jetzt alles Tadadadadada Ich hab nur noch ein Messer. Unsere Hütten sind kaputt. Alles weg. Ah, das ist ein Sechsech. Bleibt mir noch mal neu. Wow, das sprengst ja leider nicht hoch, ey. Hoffentlich machen die unseren Messer nicht kaputt. Tja. Ich seh gerade, irgendwann ein Dauernbleib hab ich zu viel. Oh, das ist eine Axt. Oh, das wäre wirklich, fang mir. Ja. Ja, komm. Ich hab keinen Druck mehr mehr. Ich hab keinen Minster. Ich hab keinen Minster. Sonst verstört. das ist echt nicht so viel ja weil dann das dinger dann nicht mehr stopp werden das ist die ganzen letzten drei du sagst kommt alle mit kommt alle mit mal wieder eine runde kamikaze fang ich ja ich trinke du und tausend mit julia tot ich hab keine lust mehr ich hab keine lust mehr auf du nicht weg ich krieg dich keine katze ja ja ich hab keine lust mehr 20 tja ich flagte wieder eine jah ab ja jetzt ist unser weg weg Ah, man kann uns jetzt an mich rausregeln. Da kann man uns rein, ist doch cool. Ja, da stirbt man mich so sofort. Ja, also Leute, wenn ihr weiterkommen wollt, hab ich schon erwischt, hab ich gesehen. Hab natürlich schon Fazon, wir sind schlepptaugend, so 20 noch zu Stück. Und ich laufe immer noch. Man nennt mich jetzt Vorwitz. Vorwitz ab. Oh man, wir können die sammeln, die sind alle bei mir ja. Wir haben ja auch noch welche. Wir haben ja auch noch welche. Wacht, ich bring euch die anderen wieder. Ja, unser Base schwebt inzwischen in der Luft. Ich glaub, ich wär das Spiel schon zu Ende, wenn es unser Base schwebt. Aber irgendwie, sie können sich ja wissen, weil es in der Luft schwebt. Ja, ich hab hier ein paar Zombies hier. Wacht, wir springen euch schon mal mit. Okay, jetzt kann ich nicht mehr runterspringen anscheinend. Nein, du darfst, äh, du kannst nur auf die Zombies rausspringen. Spring auf die Zombies rausspringen. Okay. Dann stirb. Oh ja, da hüpft man auch so ein bisschen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ja, ich hab mir noch mal mitgebracht. Aber wir haben dich nicht drum gebeten, Dirk. Er dachte, er bringt uns so ein Geschenk. Ist ja, ist ja üppig hier. Ist ja auch weg. Guck mal, ich freu euch. Was ist denn? Erster Scheiß hier mit dem, mit den, äh, Tieren. Jetzt das. Jums, äh, unverhältnis. Nimm wieder, fang mit. Gorn, gorn. Oh man, Leute. Oh, ich hab keine Lust mehr. Versuch, wenn er es schafft, ein Rücke aufzubauen. Dann kann ich sie wieder durchziehen. Vielleicht sterben dann wieder ein paar. So ein, so ein, so ein, so ein Leitort oder so. Ich hab noch nicht mal mehr einen Schlag aus. Jetzt baut man. Womit denn? Ich hab nix mehr. Das ist mir egal. Alles schon stark. Ich hab wieder einen getötet. Gut, dann tötet. Ich bring euch gleich wieder welche mit. Ich brauch keine mehr. Ich hab doch immer 5 oder 6. Jetzt stell dich das mal an. Ah, das ist nix. Wir wollen zusammen anstürzen. Ich weiß was geiles. Wir sind beim Nurschlau noch haben. Die haben uns, äh, Eht getötet. Ich hab's schnell. Ich hab mir das Fleisch geschnappt. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Euch kann ich mehr laufen. Ja. Bevor ich die Schlag schlagen, die misch. Ich hab keinen Wert mehr. Jetzt stell dich das nicht so an. Guck mal. Ich bring euch mal wieder was. Wir haben's voll. Wie flog gerade was an mir vorbei. Keine Ahnung. Ja, aber wir haben's fast. Ja, wir haben's fast. Oder so. Ja, stimmt. Aber ich hab einen stark. Und dann lasse ich euch. Da seid ihr zwei. Und dann 3. Waaah, jetzt ist die, Die sind hier runtergeschwungen. Die sind vor mir. Ja. Ja. Ich komme wieder. Hahahaha. Ja, hier, hier. Das ist 3 haben wir noch. Dann haben wir davon keine Beine mehr. Hey, her. Komm mit, Zombie. ich habe gerade noch einen zombie getötet leute schlagen sagen dass das spiel eigentlich zu ende wäre der einzigste grund warum es nicht zu ende ist weil unsere bett quasi schwebt jetzt habe ich kein ton mehr ich habe noch ein zombie bei mir kommt es wieder da hast du einen gefunden der ist auch weg gelaufen der ist so ein dicker wieder im magischen ich schaue mir nicht vorbei ich habe wieder einen kippen kisten die schweben hier auch in der luft ja ich hab den drachen wieder angebaut ja komm dann lass uns mitnehmen super wo soll das bringen ja komm dich nicht kaputt machen jungs komm hochlaufen komm 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 mit komm mit wer hat es nicht geschafft bis da er ist tot wir haben es geschafft doch wir haben es nicht geschafft nein aber wie gesagt wir haben es nur geschafft weil unser gebäude hier vorne in der luft schwebt damit er das auch alle mal seht hier weil eigentlich wäre das natürlich abgestürzt dann wäre unser bett im arsch gewesen und dann wäre natürlich auch der spornpunkt weg und dann wäre das spiel zu ende gewesen nein ja das kann auch sein ja ja leute also wir haben jetzt zwei möglichkeiten alles noch mal aufbauen das ist noch mal aufbauen sehe ich ehrlich gesagt ja also wir haben zwei möglichkeiten also entweder spielen würden mache ich setze ich auf unserem server game server auf so dass es vielleicht auch ein bisschen flüssiger läuft weil deswegen sind die an mir vorbeikommen weil ich in dem moment gestalt habe aber gut dass diese kriechdinger so hart waren das hätte ich aber auch nicht gedacht das wäre die eine möglichkeit oder die andere möglichkeit ist wir verabschieden uns hier an dieser stelle von night of the dead ach wieso wir haben doch unsere sachen noch wir haben doch unsere sachen noch also ihr wollt hier weiterspielen naja guck mal die pfeilen stehen noch wir müssen jetzt noch das gebäude wieder aufbauen und wir haben diese Sachen ja noch weißt du gut wie lange ich an dem gebäude gebaut habe wir haben ja wir teilen dich für das gebäude noch zum teil wir sind doch sammler wir sind doch sammler ich kann mir dann einen schöner aufgang machen als dir das weil ich bin absolut nicht mehr hoch gekommen das war ja auch das problem Inventar ist Fully Fully so ich baue meine Lagerkiste ich stehe gegen Lagerkollaps hier bin ich noch eine Kiste alles cool alles cool cool ob sie dead wird auch nicht wird auch nicht mehr stärker ja du musst was essen um stärker zu werden will ich aber nicht ja anders geht's nicht aber ich das jetzt das Prozent der Verlager hat mal die nur wenn wir die Reile haben wir nicht mehr. Okay. Ja, guck mal in die Kisten. Da müssen noch mal was drin sein. Wer braucht Steine dafür? Ah, da ist Steine. Also was kann man sagen? Ich hab Steine. Also was wir machen können ist natürlich einfach das ganze Ding jetzt andersrum bauen, so dass wir da hinten aufsteigen können, sodass wir besseren Aufstieg haben. Was macht der Zoom wieder? Weiß nicht. Ah, Essen. Hat irgendwer noch Neighbors gefunden? Ich bin tot. Ja, Zombie, ich hab doch gesagt. Was macht der Zombie da? Ah, komm her! Das war's mit ihm. Oder sollen wir es genauso wieder aufbauen, wie es war? Ich weiß nicht. Ah, Dirk, wenn du keine Lust mehr hast, dann sag einfach, ich hab keine Lust mehr. Ah, das ist äh, gerade Essen. Hat irgendwer noch Platz dazu in Indy? Nein. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier da war ein ganzes Ende der Aufräumt und vorher auch was man holt hier vorne liegt auch noch eine Kiste ja genau deswegen Inventer ist so ein Zatschauer was haben habe ich noch abgekriegt da sind nur ein paar Pfeile Leute was machen wir jetzt, was bringt das jetzt nicht wenn wir um den heißen Ball rumreden bauen wir jetzt so wieder auf wie es war, gehen wir auf einen solchen Gameserver machen, wo wir dann halt drauf spielen können ein Gameserver, genau, sodass es dann auch flüssiger läuft oder brechen wir hier Night of the Dead ab Das ist doch scheiße, dass wir nichts mehr haben, aber wir haben ja noch voll viel, das Essen ist alles da Also bauen wir wieder genauso auf wie es war Ja, zumindest haben wir dann Wer oder weniger genug, äh Ich muss das wissen, weil ich würd gern anfangen zu bauen Ja, bau doch Ich muss halt so gucken, dass ich mal wieder eine Achse zusammenkriege und äh Weil, wir müssen ja Holz haben und so Ja, hier fehlt schon was für Was denn? Ich muss gucken Das sieht man ja leider nicht Ich brauche Baumstämme Ja, Baumstämme sind hier drin Ja, Baumstämme sind hier drin Für ein Messer, äh Der Corona-Nischmann Wenn eine Achse machen kann Das ist eigentlich das Wichtigste gewesen, aber gut Also das gemachte Fleisch Also das geil ist, die Zombies hier rumgenommen und haben Fleisch gedroppt Alle, alle, fast alle Wildtiere sind gestorben, wo die langgelaufen sind Soll ich mal meinen, meinen Lauf, den ich hier, meinen Marathon, den ich gemacht hab, soll ich mal gucken? Ja, ja, mal zu, klar Also hier bin ich mal gewesen Ja, da bin ich gar voll Baum und Stein haben schon eine Axt Hier steht noch eine Kiste Hier steht eine Kiste Was ist denn der Kiste? Ah, das ist der Stein, den ich brauch Äh Ah, Knochen Was ist das? da ist nix lang da ah scheiße, noch nie die Lücke ja, ist halb so oh, dann hast du Gott gebaut ja, ja, reiß es ab reiß es eine Teil hier ab das Problem ist, wir müssen gleich die Kisten irgendwie noch wieder komplett tun, ne? ja, ich baue ja nein, weil ich habe die Kisten gesetzt ne, alles gut mal gucken, ich habe wieder auch nicht jetzt wieder an seiner Ecke stellen, Alea hab noch Fleisch auch Kieche ja crafting die hat er da oben drauf gestanden oder du machst die Basisdinger wenn du es nicht findest äh, ich mache die Basisdinger ok warte gucken koch, äh, Küchentisch da brauche ich für Blätter hab ich alles sehr gut also ich weiß, was wir noch so brauchen ich glaube nur hier in den Baumsteller holz ja, alles gut noch brauche ich nur nix ja, ich habe meins ist auch voll achte, ich fange ja jetzt an zu bauen hier das Cooking und dann fange ich auch Lagerkisten anzubauen alles mit der Ruhr Cooking Küchentisch Bild so, Küchentisch ist schon mal da also wenn jemand Fleisch hat, dann kann er kochen ja, alles gleich ja, alles gleich ja, alles gleich äh, also dieses Ding hier ist verkehrt, Alia das ist zu hoch oh das ist damit du dich doch verstecken kannst ja, genau den Einsatz hatte ich gerade eben auch ah, Holzbreiter kann ich hier noch einschmeißen weil ich auch so ein paar fand Baumstermen Baumstermen das schreibe ich auch hier rein ich würde sagen, da bauen wir das Lager hier auf der Seite wir nehmen da Speisebaumschirm rein und nehmen die aus der Kiste ich nehm sie wieder ich nehm sie wieder ich dachte, das macht was sag, ist der Baumschirm wieder weg sag, ist der Baumschirm wieder weg sag, ist der Baumschirm wieder weg ich baue mal ne Treppe dran ich bin nicht leid mit dem springen echt? ich kriege ein Bild ja, total ne, ich bin echt total leid also ich finde, man kann ja stundenlang immer dasselbe machen aber muss ja nicht sein bild also müssen wir definitiv besser werden mit dem nächsten also müssen wir definitiv besser werden mit dem nächsten äh, dem nächsten noch schwerer wird juhu Alia, das ist wieder zu hoch ja, hab's bemerkt das ist schön, dass du es wenigstens bemerkst das ist halt schwierig zu sehen im Baumschirm also da war ich sogar ne Kiste und da waren sogar, äh, Pfeile und alles drin aber ich hab nicht viele Pfeile ich weiß nicht, wo stoppen war Alia, das letzte Fundament kannst du auch abreißen weil das ist zu viel das ist zu lang das ist auch zu hoch also ich glaube fast, dass das Problem eben gewesen ist, dass wir nicht die Dings vorne haben die Dings? die Spikes? ja, ja, ja natürlich, das war ein Problem auf jeden Fall und das ist einfach bei mir zu sehr ruckelt gut, danke so, ich mach jetzt hier so, ich mach jetzt hier